Da sind wir auch schon wieder zurück bei Raft und guck mal, Erik, der Müll kommt jetzt aus einer ganz anderen Richtung. Trotzdem halte ich an unserem Plan fest. Ja, das sollten wir tun. Von da vorne kommt auch ein bisschen was. Ich werde das Netzsystem etwas ändern dann. Dann machst du schon mehr wie die Telekom für den Ausbau, das ist super. Ich werde Netze aus Kupfer hier ringsrum bauen, Tobi. Und dass sie den neuesten Shit nennen? Ja, natürlich. Und dann Kanalbündelung, pass mal auf. Weck tost die Zukunft! Die Dinger sammeln aber gut was weg hier eigentlich. Ja, das klappt schon. Wenn man mal wieder im Strahl ist, ist das schon gut. Wird ja ganz schön dunkel gerade und stürmig. Gibt ja auch Lampen und wir können auch Wände machen. Also wir können mal irgendwann einen Innenraum machen. Dann müssen wir nicht mal so schäbig hier rum existieren. Ich bin das gewohnt, du. Ja, ja. Okay, also durch die scheiß Wellen ist das verbuggt, dass man diese Kisten manchmal aber nicht kriegt, ne? Das ist wirklich... schade. Verrückt. Achso. Nein. So, warte. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln! So, 333. Dann hier und dann da. Dann hier und dann da. Oh! Und dann hier. Was denn? Und wir hätten aus Stein und Planke doch eine Steinachs machen können, sehe ich gerade. Ich hab schon einen Metallachs, Tobi, mach dir keine Sorgen. Alles klar, nice Erik. Ich wollte dich nicht mehr auf der Insel überraschen, aber dann haben wir nicht angelegt. Ja, aber trotzdem nice, also man kann doch auch einen aus Stein machen, das ist nicht schlecht. Ja, 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 alles gut. Puh. Dramatische Musik. Echt, aber mir läuft gar nichts. Und ein Hai. Okay. Ja, hier ist gerade Dramatik. Ich weiß nicht genau warum. Huch. Das ging schnell. Geil, Flagge, Tobi. Nein. Hä, wieso hab ich ne Flagge freigeschaltet? Ich hab nichts gemacht. Ich hab die Flagge freigeschaltet. Ach, du warst das, okay. Ja. Hä? Geil. Och, du bist so lästig, ne? Wie so ein Kropp. So lästig. Solo. So. Geil, Weltkugel, Tobi. Geil. Komm, mal gucken wir mal rückwärts langfahren. Hast du dich? Leck mich. Na warte. Na warte. Na warte. Geil. Aloe Vera, Tobi. Geil. Geil, wir können wir Cremes machen. Cremes, Erik. Geil. Aloha, Vera. Grüß dich. Oh ne, bitte nicht. Kommt vorbei, wenn wir dir die Bude ausräumen und sagen, das war eine Messiebude. Ja, heute fühlen wir wieder Familien vor, die nichts haben. Allah, was war denn das gerade für ein Schuss, Tobi? Ja. Voller Loot-Sniper. Teach me, Senpai. So, da kommen noch drei Dinger, Tobi. Drei? Also ich habe gerade drei Fässer gesehen. Oh. Drei Fässer und ne Kiste sogar. Da kommt ein bisschen was auch nicht zu. Ich würde dann gleich mal gucken, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen ausbaue. Weil Planken und Plastik haben wir jetzt ja wieder ein bisschen, ne? Mhm. Und dann werden wir dich mal schauen. Dann werden wir dich mal schauen. Ja, dann werden wir dich mal schauen. Oh Junge. Okay, warte. Oh, da kommen auch noch ein paar Kisten. Ich kann nochmal neuen hacken. Oh, hier ist aber grad viel. Vorher... Kein Müll, wo ist das Strahlen? Ne, Tobi, ne. Ne. Du kannst nicht alles haben. Oh doch. Oh nein. Scheiße. Verdammt. Okay, die Kiste musst du aber nehmen, weil mein Inventar ist voll. Wenn da wieder Pläne drin sind oder so. Ne, sehe ich jetzt auch nicht, ne? Tobi, mein Inventar ist voll. Ich kann das nicht nehmen. Dann ist wieder was weg. Ja, dann lass das vorbeischwimmen. Pech gehabt. Was? Was ist mit dir? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Der ganze Müll hat dich abgehoben werden lassen. Gut, okay, Tobi. Ach komm, hör doch, lass mich doch mal ab. Mit seinem 8K-Monitor, weißt du? Ich kann pixelgenau meinen Haken werfen. Du hier, nimm den Federkiegel. Schreib dir mal auf, wie das geht. Was ich hier mache. Leck mich. So, Bretter haben wir ein paar. Oh ja, was trinken muss ich bald mal wieder. Alter, was ist denn hier los auf einmal? Guck mal. Hm? Ganze Horizont voll Schrott. Oh geil. Geil. Finde ich gut. Feierlich. Ist der AIDA irgendwo aufgelaufen. So. Hopp. Gut. Dann baue ich mal ein bisschen aus, wa? Niveau. Niveau. So. Äh. Da kommt noch eine Kiste und noch ein Fass, Tobi. Mhm. Habe ich genug Platz? Okay. Moment. Muss mal gucken, wie ich das mache. Wenn ich jetzt hier außenrum... Okay, das Fass hole ich mir mal eben. Boah, hab ich den gar nicht benutzen. Tobi, die Kiste. Wie die Kiste hier auch an? Warte mal. Yo. Nice. 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 Tobi, nice. Alter, war die Kiste voll. Junge, Junge, Junge. Boah, sind die Kisten hier voll, ey. Leck mich doch am Arsch. So, das geht, ne? Ja, das landet alles da drin. Cool. Okay. Okay. Okay, okay. Das wird interessant. Äh. Dann nehmen wir hier. Zwei. Sollten es nicht drei sein? Okay, stimmt. So. Lalalala. 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 Das ist schon nice. Das ist echt schon nice. Das ist schon geil. Delfine. Oh, wie das aussieht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Netze dann. Ähm. Was brauchst du für Netze? Warte mal. Kann ich das hier wieder entfernen? Wieso kann ich diese Dinger da unten nicht entfernen? Oder kann ich das... Als ob. Du bist doch wirklich... Also... Wie dreist kann man eigentlich sein? Oh. Hi, mit der Fluss an. Ach. Deil. Äh. Hallo? Ich drücke E, aber es geht nicht. Alles gut, ich komme. Jetzt. Hab, hab, hab. Bin schon unterwegs. Super. Geil, Tobias. Wie hast du das jetzt auf... Wie hast du das jetzt zugemacht? Mit X, ne? Äh, mit E. Mit E, ah, okay, okay. Da kommt noch eine Kiste. Ah, okay. Ja. Ja, oder? Verstehen Sie? So, die sollte... Boah, Alter, wie viele Truhen... Wie viele Dinger da kommen. So, plupp. Geil. Plupp. Oh ja, ich muss auch dringend was trinken. Da drüben ist noch drinnen. Hm? Da drüben, dem anderen Ding, ist noch drinnen. Okay, super. Können die ja... Da kommen noch eine Menge Tonnen. Äh, so. Trinki, trinki. Stinki, stinki. Hab ich irgendwas Gebratenes? Ne, ne? Gesundes. Oh, hä, wo kommt das denn her? Geil, Pluppsklo, Tobi! Nein. Geil, erstmal die Ozeane voll scheißen. Das ist mein Ding. Ja, aber Andy... Da sehe ich uns. Andy muss ja nicht mehr in die Netze reinscheißen. Was? Alter, wie viel kommen denn da gerade? Was ist das denn? Geil, ne? Alter. Das ist einfach richtig savage gerade. Oh ja, oh. Voller Jackpot. Ich hasse dich. Ne, hat nicht geklappt. Oh. Huch! Flüpp. So, den Rest kannst du. Ich hab keinen Platz mehr. So, warte. Flüpp. Und dann nochmal. Dann baue ich auch gleich weiter. Und dann muss ich mal gucken, dass wir die Netze hinkriegen. Oh, bitte lass. Das muss doch reichen. Ja, reicht. Gut. Träumchen. Und was... Was ist in dem Paket? Schon wieder Flagge. Hm, Traum. So. Alter. Wieso kriegt man diese... Kriegt man die mit dem Hammer irgendwie raus? Wenn ich hier sage X oder so? Replace with Wood. Replace with Thatch. Solid Wood. Kann ich hier nicht sagen, abreißen? Für weitere Teile halten? Aber ich kann nur reparieren. Ich kann das Ding nicht wegmachen. Ah. Ich hab Kartoffeln. Oh. Tobi! Was... Was ist denn mit... Hä? Ich wollte Scharnier machen, aber irgendwie... Wie macht man denn Scharniere? Metall würde ich sagen, ne? Oh, das geht hier gar nicht, ne? Nee. Scheiße. Ich wollte so eine größere Kiste bauen, aber dann können wir das ja noch gar nicht. Nee, nee, nee. Das kommt noch. Hä? Dein Name ist bei mir hinter dieser Insel da vorne. Hä? Der Name, der über deinem Kopf steht. Hä? Wie das aussieht. Wie das aussieht. Ich bin perspektivisch kompliziert, Tobi. Ja, ich weck das schon. Das sieht ja lustig aus. Klopp. Kein Paket, kein Paket. Okay. Äh... Äh... Achso, das hab ich grad weggerissen. Gut. Entfernen. Ein Sammelnetz. Äh, scheiß. Möwe. Oh, geil. Oh. Was denn? Wo liegen hier so Kartons? Hm. Möwe. Möwe. Das sind Planken. Hä? Oh, die konnte ich nicht mitnehmen wahrscheinlich. Oh, das kann sein. Oah. Wow. Was denn? Oh nein, ich bin... Ah. Ah, schmeckt dir das, hä? Verblutest du jetzt? Mö? So, ich bin doof. So, ich bin doof. Vorsicht, ich muss leider mal was wegreißen hier. Ah, okay. Sooo. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Was brauchst du für die Dinger immer? Plastik und Holz brauch ich immer Plastik und Holz Plastik Hat man Plastik nicht irgendwo hier drinnen? Da vorne vielleicht? Ja, in der glaub ich da vorne Dann kann ich glaub ich auch weitermachen So, aber Netze haben wir noch nicht genug Was brauchst du denn für die? Warte mal, ich guck mal, das geht hier hin Dann haben wir hier die und dann gehts hier einmal rum So Okay, dann müsste es ja mal passen Netze sind leider teuer Ich guck mal, dafür brauchen wir ne Menge Seile Aber wir haben genug Palmnetter glaub ich eigentlich, ne? Ja, ich hab hier auch noch Oder ich mach dir da gleich Seile draus, wie du möchtest So, warte, ich guck mal eben Sammelnetz Sechs Planken Zwei Nägel Äh, zwei Nägel, das ist nicht gut Für die Netze? Ja Die werden irgendwie reingenagelt, keine Ahnung Leider Aus Schrott macht man die Nägel, ne? Okay, Schrott haben wir zum Glück noch ein bisschen Ich mach mal ein paar Nägel gerade Äh, wohin das? Äh, Nägel Oh Okay, 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 okay Wow Da, oh, das ist ne gute Idee, ich erstmal kurz die Wassermelonen So, oh, okay Kann ich die Nägel noch aufnehmen Und dann Netze, mal gucken wie viel wir da zusammen kriegen Oh, noch mehr Seile Ich brauch auf jeden Fall alles dann sein, was ich kriegen kann Hm, ich hab hier, warte mal Hier ist noch jede Menge von dem Palmzeug drinnen Von der mittleren hier Cool, 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 cool Achso, ich wollte erstmal Seile machen So, das reicht wieder für zwei Netze wahrscheinlich Jetzt brauch ich Planken Hast du noch zwei Seile? Ne, ne? Ah, warte, warte Seile, hab ich Ich hab hier noch neun Seile Warte, warte, warte Warte, warte, ich mach schon, ich mach schon Ich brauch nur zwei Ach, scheiß drauf So Und Planken, hatten wir die nicht auch irgendwo drin? Na hier Super Ich muss was essen gleich Äh, Netze Oh Gott, jetzt, jetzt bin ich grad Ah, hier Okay Dann Machst du mal ein Sechs Netze? Mach ich hier nochmal ein paar hin Sechs Netze Sechs Netze, Bubi Sechs Netze Geil Geil So Hast du den Fogel geschlachtet? Natürlich Natürlich Welche Frage, entschuldige bitte Und, und auseinandergelegt Geil So Aber ich mein, theoretisch, die Idee ist gar nicht so schlecht mit den Netzen, ne? Ne, das ist, das ist nice, das ist sehr nice Abgesehen davon, dass wir jetzt weiter laufen müssen Joa, naja gut Da geht ja ein bisschen was rein in die Netze, ne? Ja, aber der Hai nervt halt, ne? Wir müssen dann mal irgendwann das Ding hier ausbauen, glaub ich Kann man ne dauerhafte Abwehr gegen diesen Hai machen? Ich glaub nicht, ne? Ne, ich glaub du kannst aber außen die Seiten verstärken oder so Und dann geht's vielleicht für ne Weile Hm Bin unsicher Ist schon so ne kleine Nerftöle auf jeden Fall, das stimmt schon Ja, ja, ja Puh Puh, puh, puh Aber wir kriegen das hin hier alles, ne? Auch mit den Netzen und so, das kriegen wir alles hin Und dann ist egal in welche Richtung wir schwimmen, wir sammeln einfach auf Ja Das find ich gut So Was hab ich jetzt noch alles an Stuff hier? Zwei Hähnchenflügel Hier sind grad Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln Ich pflanz mal hier eine neue ein So, plopp, plopp Plopp, 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 plopp So So Planke Planke Nese Dubidi da Schnubidi da Und da müssen wir mal gucken Also wir können ja unten so lassen und da können wir ja obere Etage irgendwann anfangen, ne? So demnächst mal Ja, 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 auf jeden Auf jeden So hab ich mir das auch gedacht Die Frage ist, darf die... Unten einfach so dieser Sammelkeller und dann, ne? Genau, genau, genau Schwierig nur, wir müssen gucken, wenn unten Haie angreifen, dann müssen wir vielleicht wirklich mal, weiß ich nicht, ein bisschen absichern oder so Ja Aber da brauchen wir Metall und ich glaub so weit sind wir noch nicht Vielleicht wollen wir jetzt schon zu schnell zu viel, ich weiß es nicht Nein, nehm mal hoch hinaus, Erik Hast du alles von den Fässern? Brauchst du's davon, sonst nehm ich das? Äh, gönn dir, gönn dir, gönn dir, ist ja egal Äh, okay Brede, Brede Kartoffeln, Kartoffeln Hä? So 13 Plastik Zwei auf einmal, Erik, guck dir das an Guck dir das an, Erik Boah, Tobi Zwei Pässe auf einmal Boah, geil Warte, warte Ohohohohoho Boah I came Wie befriedigend Geil So, für die restlichen Netze Brauch, okay Seile, wir brauchen mehr Palmwedel Da sind noch 20, oh, ich brauch dringend trinken, huch Hä? Ach, das ist Essen, ich bin doof, ich muss dringend was essen Ich hab dir da mal 13 Palmwedel noch hingeschmissen War nicht irgendwo in der Essenskiste? Ach da Ja, die hintere da hinten Ja, ja, ja Okay, ich schnapp mir mal gerade eben Brauchst du Seile? Immer so viel ich kriegen kann Okay, dann hier, hab ich auch noch 14 Da Geil, danke Dann schau ich mal eben Bist du die Seile gerade? Ja, die waren sehr lecker Ich steh auf Seile Wenn ich jetzt noch zwei hätte Zwei Seile Was macht denn der eigentlich? Sand und Ton Okay, wir brauchen noch Sand und Ton Hier kommt gerade nicht so viel, aber später bestimmt, ne? Ja, jetzt mal hier So Das ist wirklich frech, was du da machst, ne? Ach Das ist nicht normal Alter, aus der Luft hab ich sie gerade gesnackt Wuuu Boa nice Wuuu Der hat auch direkt auf deinem Feld gesessen diesmal Lieg auf das Scheuche Ach krass Hat er schon verdient gehabt, jetzt Das wär richtig assi Also so nicht, ne? Ist das doch ein Paket weggeflogen mit Federn? Oder so? Keine Ahnung Ein Paket ist weggeflogen, aber mein Inventar ist nicht voll Hä? Uh! Platsche, Platsche, Feder Wasser mag doch jeder So Oh geil Endlich wieder unter Wasser Ja 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 Typische Unterwasser Geräusche Ich liebe sie Müsste aber hier so ein Check stattfinden, ne? Ob man da aufm Floß ist und dann, dass man nicht unter Wasser ist Eventuell Ja Oh ja, ja, geil Ich verstehs vor allem nicht, auch wenn ich aufm Trockenen bin Trotzdem das Geräusch Na Hä, ist das Unreal Engine hier oder was ist das? Ist das, ist das Unreal Engine? Keine Ahnung Ich glaub nicht, oder? Würd er auf Unity tippen, aber sicher bin ich auch nicht das Ding ist halt, ich kann mein Ding nicht auswerfen wenn ich mein Ding nicht auswerfen kann, werd ich sauer ich weiß, du das kam dann von hinten geflogen ich dachte, mein Ding über deine Schulter, ganz zärtlich oh geil geil, Kerzenständer Erik, bald kann man ein schönes romantisches Dinner machen zusammen, so ein Rendezvous-Dinner Das wird auch passieren, verlass dich drauf Jetzt hab ich Angst Der Valentinstag ist vorbei, aber nicht für uns, Tobi Auf diesem Floß ist immer Valentinstag Da fängt auch die Musik gerade an bei mir, schön Oh, ich hab schon ewig keine Musik mehr gehabt, ich glaub bei mir ist die weg Okay, weird Hä, was war das denn? Ach, ich war wieder unter Wasser kurz Ich fass jetzt einfach so Was soll das denn? Ich denke, ich fass den Boden aus Macht's wirklich? Vor allem, weil der Haken immer abbricht, soweit man unter Wasser Tobi, was wird das? Moin! Moin Tobi Moin Tobi Online wärst du so jemand, ich würd dich ständig melden wegen Cheap Meld mich wirklich nicht melden Meld mich wegen meiner Skills, Tobi Ich würd dich ständig nur melden, die ganze Zeit Melden wegen Skills Schön So, haben wir hier noch Da können wir ein paar Butterfässchen Wenn du willst Ich würd noch mal gucken, ob ich letzte machen kann Wieso läuft dein Charakter eigentlich so komisch? Ich hab mir in die Hose geschissen Ja, doch, der Oh, der wackelt mit dem Kopf so, so ganz komisch So leicht so der Kopf ist das okay Und er hüpft beim, beim Laufen Leute die bei Hüpfen beim Laufen wollen immer größer sein als die sind glaub ich, ne? Nein, die sind beschwingt Tobi Ich bin einfach beschwingt Okay Gut So Kann der Mann heutzutage nicht mal mehr beschwingt sein Ich hätt erstmal auf der Seite machen müssen, ne? Egal Oh, ich seh der Hyatt hat was weggeräumt, okay, cool So mal So mal Krass an Hier fehlt auch noch ne Ecke, okay Und, 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 und Wow Malerei, ja Tobi, geil, danke, dass du uns die Malerei schenkst Das ist ja richtig malerisch Kommt nur der Haken von links ins Bild, weißt du? Ja, genau so So, warte mal hier, okay, drei Flügelchen Und zwei Kartoffeln So, Flügel Blub, 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 blub Warte Blub, blub, blub Oh, geil, oh, Schranken Uh, 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 uh Aber ich hätt ja auch gern die große Kiste, ne? Ja Ja Oh, Alter Es ist doch so lame Vor allem Ach so, ist schon Back dann der Haken immer rum Ja, genau Immer unter was er war Weil der bricht dann immer, der bricht das Ding dann immer ab, ne? Den Wurf, äh Jämmerlich Jämmerlich einfach Geil Bücherstapel Nicht nur Bücherregal, sondern Stapel Das kann man alles craften, oder was? Ist ja verrückt Aber wer schreibt denn dann die Bücher? Hm Die schreiben sich fast von selbst Ich kann doch mal kurz hier, ne? So, haben wir immer eben zu Ende zumindest Das ist So, haben wir das schon mal Den, 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 den Netze kriegen wir schon auch noch alle hin Ich glaube ich habe alle Palmenwedel hier verbraten Boah Hast du gesehen, wie ich dem Hai ausgewischt bin? Boah Habe ich, habe ich gerade gesehen Das ist gerade noch so über den Milchirmrand bei mir rüber Ich tue alles für Kisten So Weißt du, jetzt ist er frustriert, ne? Weil er einfach keine Scheißfreunde seinem Kackfaschissen lebt, Mark Verpiss dich So Ding Na mal gucken, was das Rezept des Tages ist, Tobi Hast du was? Ne, du müsstest ein Rezept haben, oder? Hab ich ne Rezept? Hast du nicht gerade ne Truhe raus? Ich dachte ne Truhe ist immer drin Also die sind Riesenkisten Nö, nö Also hier ist jetzt nichts so Rezeptemäßig dabei Mhhh, oah gut schade Naja, man kann ja nicht immer gewinnen, ne Tobi Hast du noch Palmenwedel, irgendwo am Start? Ich hab die hier noch, man ich hab noch die hier Mehr hab ich leider nicht Ok cool, danke, dankeschön So Seile Oh perfekt Da brauchen wir noch n paar, wa? Die fressen ordentlich Resourcen, wa? Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber, sagen wir mal ganz ehrlich, die werden wir immer brauchen können, die Dinger. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was später noch kommt, ob da so ein riesiger Staubsauger kommt vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Dem Spiel ist irgendwie noch alles zuzutrauen gefühlt. Aber ist schon geil. Von der Grundfläche her würde das ja eh nicht reichen, glaube ich. Nee, 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 nee. Also ich glaube, wir müssen, ne? Also wir werden bestimmt noch ein paar Folgen machen, werden noch ein bisschen sehr ausbauen und so. Nice wäre natürlich, wenn das hier nur die erste Plattform ist und wir noch drei weitere von diesen hier haben, links und rechts. Und obendrauf dann so ein fettes, eine fette Burg einfach. Die wir dann Goethe-Burg nennen. Was? Was? Nicht Borg-Kubus? Kubus. So. Oh nein. So. Tobi, Tobias, Tobias, ich war neulich auf dem Dorf und wartete auf den Kubus. Ist das nicht schön, alleine zusammen so auf dem Floß? Ja, das ist super. So. Ja, im Grunde genommen muss man jetzt eigentlich nur warten, bis hier genug gesnackt wurde, ne? Die ganze Zeit. Ja, ja, das stimmt. Die Fässer reinholen und so, vielleicht ein bisschen. Ist schon nice. Ah. Ach. So. Was war das denn? Beschwerde wegen Skills. Ja. Hm. 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 Ne, weißt du? Ist schon ein Wunder, wenn du morgen bei Steam gewandt bist. Hm. Wack-Bahn wegen Skills. So, diese komischen Rüben, die man immer findet. So, blub, blub, blub. Hier, warte mal, ich hab hier wieder zehn von denen. Du brauchst die ja, glaub ich, ne? Palmenwedel, immer her damit. Geil. 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 Eigentlich brauch ich nur die Seidel da raus, aber... Geil. So. Boah, ein Fass voller Planken. Da waren nur Planken gerade drinnen. WTF. Cool. Ah, geil. Eine rohe Rübe. Hm. Hm. Die Rüben sind das schönste Geschenk. Eine Rübe und ein schönes Getränk. Was? Hm. Das ist unser Urlaubslied, Tobi. Okay. Nein. Und, hab ich dir zu viel gesagt, als sie gesagt haben, wir schippern mit der Firmenjacht raus? Nee, es ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist das gut oder schlecht? Das ist genau, ich habe dich mehr erwartet, direkt. Hm. Hm. Weiß nicht, was ich davon halten soll. So. Alter, wie du hier... Hm? Du läufst einfach wie der Grinch. Was? Du läufst wie der Grinch. Oh, Alter, Tobi, weniger lachen, mehr Hai-Dingens. Oh, nein, Tobi. Danke, Tobi. Ich lauf nicht wie der Grinch, lass mich in Ruhe. Natürlich laufst du wie der Grinch. Lauf du doch mal. Achso, ja, du läufst doch auch komisch mit deinen Füßen. Oh, warte. Ich lach gleich mit. Oh, wir gucken mal auf, was wir zusteuern. Oder steuern wir dann nicht drauf zu? Warte mal, wo steuern wir eigentlich hin? Ich glaube, wir steuern leicht vorbei, ne? Oder? Ich hoffe es. Ich glaube schon. Ich hoffe es. Glaube schon. Wir könnten das Boot ja jetzt drehen, Erik. Mhm. Zum Glück ist das jetzt egal. Das stimmt. So. Oh, ich kriege Usten. Hilfe. Vor Freude, weil du ja so viel lachst. In diesem Let's Play. Ja. Ja, ich glaube auch. So. So viel Lebensfreude bist du gar nicht mehr gewohnt. Nee, nee, nee. Schon lange nicht mehr. Ich lache auch eigentlich. Im echten Leben lache ich nicht mehr. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was ja auch Energie kostet. Erstens das. Und zweitens, es gibt doch keinen Grund mehr zu lachen. Das betrübt mich jetzt, Tobias. Tobias, wie können wir das Lachen wieder schenken? Bist du Tobias Thaler? Der Junge, der sein Lachen verlor? Was? Tobias Thaler. Ich glaube, aber wie soll ich das Kinderbuch? Tim Thaler. Vom Jungen, der sein Lachen... Der sein Lachen hat aber, glaube ich, verkauft. Natürlich. Stunks. Scheiße. Habe ich echt nicht gut ausgeworfen. Oh, ich muss trinken. Ich finde es gut, dass es sofort langsam wird, wenn man trinken will. Da wird man auch noch sofort so... Ja, genau. Ich sterbe jetzt. Du warst ja von eben gerade noch so, ich bin so voll getrunken. Und dann so, ich bin so getraut. So, Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Verdammt. Oh, Planke platzieren, Planke platzieren, Planke platzieren. Tobias Hass, Planke platzieren. So. Planke platzieren, Planke platzieren. La 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 la. De 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 de. Ich habe wieder fünf Wedel für dich. Geil. Ich nehme alle Wedel. So. So eine Kiste, wo nur Wedel drin sind, das wäre es. Was ist das für eine Insel da vorne? Was ist das für eine Felsen? Okay. Oh, bestimmt die Rückseite cool. Wir müssen irgendwann auf alle Inseln, glaube ich, wegen Metall und so einem Scheiß. Ja, irgendwann müssen wir da mal hin. Hast du eine Spitzhacke? Äh, nö. Ich habe nur eine Axt. Ich wollte die Bäume mal fällen, aber da gibt es bestimmt Planken. Ja, und Wedel doch, oder nicht? Ach ja, das ist doch... Die Palmenwedel? Ja, das kannst du auch. Also wir könnten mal zur Insel rüber, ne? Aber dann... Da ist halt nur eine Palme drauf, glaube ich. Mehr ist das nicht. Ah, scheiß auf die Insel. Läuft momentan gut hier. Wir sind bei 34 Minuten, by the way, übrigens. Ja, auch das läuft ganz gut. Ja, das stimmt. So, warte, warte, warte. Seil. So, und dann nochmal schnell hier Sammelnetz. Geil, ein Netz. So. Wird ja langsam. Wir müssen gleich nur noch eine Seite machen, dann haben wir durch. Das ist geil. So. Willkommen. Und dann ist egal, in welche Richtung wir segeln, wir sammeln immer Loot. Ja, geht mir gut. Geil. So, nochmal schnell Happer machen hier. Ich hole mal 70 Kartoffeln in den Hals, damit ich ein bisschen das Hungergefühl verliere. Das ist dann so, wie wenn du die Vorspeise gegessen hast, in irgendeinem Restaurant. Ja, genau. Oh, zum Apparativ sind wir 20 Kartoffeln. Das ist so traurig. Obwohl, kann es sein, dass wenn man die Maustaste gedrückt hat, dass man dann voller wird von dem Zeug? Weiß ich nicht. Meinst du? Die drei Kartoffeln haben mich gerade gut gesättigt. Hä? Das war vorher nicht so. Wenn man einfach gedrückt lässt, dann frisst du, glaube ich, weiter. Okay. Hm. Ich weiß das nicht, ne? Ja, ich auch nicht. Ich will ja doch gar nicht wissen. Ich glaube, der Hai kommt. Ja, natürlich kommt der Hai. Verpiss dich, verpiss dich. Du wirst niemals Freunde finden. Äh, oh. Wer hat noch eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrab gerät, ne? Ich wollte doch nicht Grube graben. Ich will auch... So, immer wieder ein bisschen reparieren. Oh, die Vögel sind wieder unterwegs. Zeigen uns die Vögel jetzt, wo der Blut lang geht? Nee. Ich glaube, vielleicht eher eine Insel oder so. Vielleicht ist sie eher eine Insel oder irgendwas. Also, ich weiß nicht, ob der so komplex ist, dass die in eine bestimmte Richtung fliegen. Also, wenn ich mir die Viecher angucke, die uns hier immer an der Vogelscheuche hängen, dann auf gar keinen Fall. Na gut, die sind ja auch dumm. Aber lecker. Dumm, aber lecker. Dumm schmeckt gut, wie es so schon heißt. So. Oh, geil. Drei rohe Rüben in einer... Ah, das ist aber ein Traum. So, wir steuern auf die nächste Insel zu. Da gibt es zwei Palmen. Ja, geil. Wir können ja dann mal an Land gehen und mal gucken, was da so ist. Aber erst in der nächsten Folge, weil wir sind schon bei 37 Minuten. Ja, da soll man wirklich mal ein bisschen aufpassen, Tobi. Mit dir verkehrt die Zeit immer so schnell. Ach, das ist... Ja, ich kenne das mit mir selber. Skills. Warte, warte, Tobi, warte. Verdammt. Skills. Gemeldet wegen Skills. Unglaublich. Ja, dann, äh, wow, geil. Palmen, Mädel, nice. Dann mach ich mal gleich einmal hier wieder. Pst. Dann, äh, bis zur nächsten Folge, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Bis zur nächsten Folge. Insel, tschuuu.